Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash of Clans und mit dabei ist heute der Matthias. Guten Tag, liebe Freunde. Nachdem wir schon einige Runden Clash of Clans Weltmeisterschaft im Kämpfen hatten, machen wir heute das ultimative Duell, die Clash of Clans Weltmeisterschaft im Farmen. Matthias ist dafür extra in den Clan reingekommen und wir werden gucken, wer in 10 Minuten mehr farmt. Dabei geht es um Gold, Elixier und Dunkles. Bedeutet, man muss 2 aus 3 gewinnen, um halt insgesamt die Krone aufzusetzen. Beispielsweise bei mir jetzt, 208 Millionen, 208 Millionen und heldenhaft gehamstert sind 1,165 Millionen. Habe ich natürlich jetzt alles schon mal gescreenshottet, damit wir das auch sehen. Matthias auch bei sich. Ich habe den Leuten schon Bescheid gesagt im Clan, dass sie halt auch uns dann spenden, wenn was gefordert wird. Trübskis habe ich ausgebildet. Wir sind in der gleichen Liga. Bedeutet, wir brauchen den Liga-Bonus dann nicht zu berücksichtigen. Der taucht auch nicht im Profil auf, glaube ich. Ich glaube nicht. Nee, 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 nee. Ich schreibe Farmen und jemand fragt, ob Riesen gehen. Ja, das bringt mir doch nichts eigentlich. Okay, dann würde ich sagen, Timer ist gestartet. 3, 2, 1, los und los geht es. Das Problem ist, ich habe in letzter Zeit nie was gefunden. Ich auch nicht, aber das ist ja jetzt halt... Ja gut, weil beide nichts finden, ist auch okay. Wir sind beide Rathaus 11. Ich habe, glaube ich, gesehen, du hast auch Drachen ausgebildet. Von daher ist es im Endeffekt gut, du hast höhere Helden. Das ist vielleicht ein Vorteil, aber ansonsten... Ja, ich habe in letzter Zeit immer die Drachen... Und hoffentlich wird es klappen, dass wir dann beide Bildschirme sehen. Also, wenn der auf der Bekleppe von Matthias Bildschirm, dann versuche ich das... Scheint zu gehen. Ich habe nämlich mal den USB-Port gewechselt von der... Ich weiß nicht, ob das jetzt hier... Das lohnt, das muss ja von allem schon. Also, ich kann ja mal meinen Plan verraten. Dadurch, dass wir jetzt wirklich in Champions League 3 sind, versuche ich, glaube ich, einfach zwei richtig große Angriffe mitzunehmen, weil... Ihr seht das jetzt gerade schon. Ich kriege halt kaum... Geht's auch einfach mal was. Weil, naja, werden wir sehen. Matthias hat da anscheinend schon einen gefunden. Ich habe noch nichts... Oh, und dann wird er nur so... Dann wird er nur so zwölfer, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt erst mal... Ob jetzt einfach mal so ein völliger Chaos-Ding ist. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt auf einen gehen soll, der wirklich von einer Ressource richtig viel hat. Oder... Im Endeffekt habe ich gerade noch gar nichts gefunden. Aber gut, wir liegen noch 8 Minuten 40, Rest noch. Also, von daher ist alles noch drin. Ich glaube, das ging schon mal in den Wuchs, aber naja. Darf man denn die Truppen jammen, wenn sie fertig sind? Also, nach dem Angriff, wenn das... Ich glaube, das ist ein Dingsbums-Boost. Naja, aber die Helden werden ja, wenn sie kaputt sind, nicht direkt wieder fertig sein. Also... Ja, ich würde sagen, ja, ist egal. Und so, wie wir das sonst auch hatten, wenn die Zeit abgelaufen ist, du aber schon den Eingriff gestartet hast, dann zählt der noch. Dann darf ich den noch laufen lassen, ja. Du musst eine Truppe gesetzt haben, bevor der Timer abläuft. Ich habe kein Glück gerade. Gar nichts. Null. Na, dann, Jente. Komm, hol da noch ein bisschen was. Hol da noch ein bisschen was. Ja, so ungefähr hätte ich mir das auch vorgestellt, dass die... Na, ich nicht. Zwei Minuten schon rum. Dass sie hier das halbe Ding wegflexeln und dann... Es ist... Ich versuche, ich... Boah, ich werde die Taktik jetzt gleich ändern müssen. Ungefähr die Hälfte. Das bringt gar nichts, so. Ich weiß noch nicht, wann ich angreifen soll. Ach, wie... Ist das... Ich finde gar nichts. Ich finde nur... Ich finde die Frage, mache ich jetzt... Beende ich das jetzt, damit ich... Ich mache das jetzt zu Ende, damit ich Zeit spare. So, hier ist schon mal mein erstes Ergebnis. Alter, das bringt doch... Und raus, so. Das bringt so gar nichts. Ich beende gleich die... Beende gleich die WM ohne einen einzigen Kampf. Ohne, dass ich einmal angegriffen habe. Leute, ey. Wollt ihr mich denn veräppeln? Gebt mir noch mal einmal, ey. Den kann ich auch nicht mitnehmen. Ja, läuft zu weit. Sieben Minuten 20 Reste und... Und noch keinen einzigen... Ja, ich habe... Okay, ich habe ein bisschen vorher gesagt. Ich finde hier gar nichts in der... Ich habe... Ich habe... Warte mal. Feger, Feger, Feger. Oh, er hat eine... Aber meine Hälte sind noch kaputt. Die hole ich mir mal eben noch. Das ist vielleicht der Best. So, Alter, was ist hier denn für ein Scheiß? Heilen, da. Heilen, zack. Ich versuche jetzt den immer mitzunehmen. Wo ist der andere Typ? Da oben. Ich verbessere einen Heilen. Oh. Nein, der One ist auf Boden, lol. Okay. Kein Wunder, dass jetzt gerade die Klammbrücke rausgekommen ist. Hm. Alles klar. Ach, deiner oder was? Ja, ja. Der kleine Mann war auf Boden gestellt. Deswegen kam er gerade raus. Was jetzt eigentlich ein bisschen verwirrend war. Aber ist okay. Wir haben schon mal ein bisschen was gefunden. So. König und Königin sind noch da. Wir sind bei 6 Minuten 25 Rest. Bedeutet, da könnte noch... Okay, da könnte noch was gehen. Äh, jetzt werden wir da vorne noch die Helden setzen. Und dann werden wir gleich mal sehen. Also, ich werde die Helden auf jeden Fall auch gemmen, wenn sie nicht fertig sind. Kann ich jetzt schon mal sagen. Naja. Und sonst komme ich ja gar nicht zurecht. So. Wir gucken mal nach. Der Angriff war auf jeden Fall schon mal ganz solide. Wir gehen jetzt auf jeden Fall... Wir versuchen jetzt die 2-Ressourcen-Taktik. Bedeutet, wenn ich von 2 Ressourcen extrem viel sehe, dann werde ich die... Also, beziehungsweise eine der Ressourcen werde ich jetzt vernachlässigen. Ihr habt ja gerade gesehen, welche das sein wird. Komm, komm, komm. Hol dir das eine Lager doch noch. Ich hab's gerade doof angestellt. Ach, scheiße. Ich hab' gar nicht... Oh, ich hab' mich draufgepackt. Komm, 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 komm. Ich hab' nicht draufgepackt. Komm, hol dir das Lager noch. Das war ärgerlich. Holste noch, holste noch, holste noch, holste noch, holste noch, holste noch, holste noch. Okay. Das haben wir auch. Okay. Der war schon mal gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Es könnte sein, dass ich jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, zu gewinnen und es verschenkt hab. Hoffentlich kommen jetzt auch noch... Okay, heilen. Das kostet jetzt gerade vier Gems. Bei ihm kostet es 16 Gems. Aber wir stellen ihn mal eben direkt... Okay, wir haben schon mal... Oh, wir haben Ballons bekommen. Perfekt, 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 perfekt. Wir bilden wieder direkt was nach. So. Zauberkiss. Oh, nochmal direkt nachgebildet. Kriegen wir noch ein bisschen was. Und weiter geht's. Fünf Minuten zwölf. Also, die Hälfte ist jetzt gleich rum. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, mein Ziel sind jetzt noch zwei Angriffe in den fünf Minuten. Bisher hab ich ja nur einen geschafft. Mal gucken, ob das noch klappt. Weil wir werden sehen. Ist jetzt hier Feierabend oder was? Komm, der kommt auch nicht weiter. Oh, den hätt ich auch mitnehmen können. Aber der hat nur eine... Das ist halt blöd, wenn der echt nur eine... Wenn der jetzt halt nur von einer Ressource voll viel hat, ne? Ja. Was los ist das? Das Ergebnis, ja? Okay. Ja, ich muss jetzt ja gleich schon... Also, ich muss jetzt auf jeden Fall noch zwei hinkriegen. Gar nicht mitnehmen. Oh, der hat kaum was. Ey, Rathos... Rathos... Vor allem, ich finde auch sogar Rathos 11 war 12. Aber die haben dann alle nix. Sieht nicht so, als würde ich jetzt nur Rathos 10er finden oder so. Sind auch welche dabei, klar. Aber... Oh, also du bist... Ja, so bis zwei Minuten vor Ende sollte ich den dann jetzt schon fertig haben, den Angriff. Sonst wird es dann... Du müsstest ja jetzt... Naja, klar, du musst ja im Endeffekt dann nochmal die Suche wieder mit einbeziehen, ne? Ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Wenn du noch einen machen willst, ne? Ja, hab einen gefunden. Komm schon. Such, Junge, such. Was soll ich den nehmen? Jetzt geht's natürlich um alles hier. Jetzt ist natürlich hier mega... Jetzt ist natürlich das Risiko, jetzt eingehen, den hier zu nehmen. Jetzt natürlich mega Anspannung hier. Jetzt muss ich hier auf jeden Fall was mitnehmen. Komm. Ich werde es... Also ich die Helden oben noch setzen. Ja, komm, die sitzen die nach da. Oh, 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 oh. Inferno-Turm. Inferno-Turm. Zu drei Viertel hiervon noch mitnehmen können, das wäre gut. Zu drei Viertel, das ist die Matthias-Taktik. Ja, ganz werde ich's nicht kriegen, aber... Wenn ich drei Viertel hier noch kriege, dann könnte... Ich weiß nicht, wie viel du halt hast, aber... Ich hab mir gerade leider nicht so viel gekriegt, wie ich erwartet habe. Sieht's eigentlich dann gar nicht, vielleicht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Aber ich kann's auch nicht einstellen, ich weiß halt nicht, wie viel du hast. Sonst müssen wir gleich mal gucken. Ich hatte hier ehrlich gesagt mehr erwartet, aber irgendwie habe ich nicht so viel geholt, wie ich gerade gedacht hatte. Das könnte mir jetzt auch passieren, je nachdem, wie weit die jetzt noch kommen, die Kollegen. Aber hier nochmal, das sieht gut aus, da nochmal schön an das Lager, ja, perfekt, perfekt, perfekt. Das war nicht so viel, wie ich erhofft hatte. Da oben auch nochmal kommen, die kommt auch noch ans Lager, ja, los, 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 los. Vor allem habe ich jetzt auch keine kleinen Buben, ja, jetzt kommt die Luftabwehr. Komm, hol dir noch ein bisschen was, Junge. Hol dir noch ein bisschen was. Oh, jetzt wird's, jetzt wird's aber. Jetzt muss ich nochmal die Helden fertig machen, oh, die kosten jetzt mehr. Okay, das wird's gewesen sein, ich beende nochmal, wie lange haben wir noch? Äh, 248, wo sind meine Helden? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wo ist mein... Oh, ich finde meine Helden nicht, doch da, da ist die Königin. Da ist der König. Schnell, 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 jetzt hier nochmal, äh, ohne Clan Bock nochmal. Ja, gut, jetzt muss ich versuchen, den einen Angriff noch zu machen. Ich hab jetzt noch zwei, zwei Minuten dreißig, jetzt versuch ich, ich muss jetzt noch einen riesen Kracherangriff hinkriegen. Einer muss doch kommen, oder was? Ja, ich hab ja nur zwei Angriffe bisher. Ja, ich hab drei, das könnte... Gut, im Endeffekt ist es ja auch Lack, wer was findet, ne, aber gut, 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 wir lassen uns mal... Ja, klar, ich hab bisher nicht so viel Glück gehabt, aber... Wir werden sehen, zwei Minuten zwölf noch ist. Hm, bitte, schnell noch einen. Er ist nicht zwölf. Er muss schon echt, muss schon echt... Ja, das muss sich jetzt lohnen, der Letzte. Das kann jetzt nicht so ein Halbgarer sein. Nicht so ein Zwölfer. Für 200.000 brauchst du nie anfangen. Eine Minute 50, ja, ich werde jetzt noch einen... einen letzten noch reinkloppen. Komm, ich fordere noch mal an. Ups, bei mir ist gerade eine WhatsApp-Nachricht, die müssen wir gleich eben überblenden. Na, das werde ich natürlich nicht tun. Die lassen wir natürlich drinnen. Werden direkt auch noch, falls ich die Nummer noch kriege, werden wir da auch direkt noch anrufen. Komm, ich nehme den jetzt, ist egal. Eine Minute 28, hoffentlich kriege ich noch Trübskis. Das wäre natürlich gut, noch in der Clanburg. Ja, haben noch Truppen bekommen, sehr gut. So, die ist voll, glaube ich, die Clanburg. Okay, den nehme ich nochmal mit. Letzte Chance, der muss sitzen jetzt. Wo ist der zweite Feger? Der ist da, okay. Alles klar. Theoretisch nicht ganz sinnvoll, was ich jetzt gerade noch gemacht habe. Das war jetzt so eine Verzweiflungstat. Ich dachte, die rennen jetzt ein bisschen mehr außenrum. Normal fliegen diese Scheißdrachen immer außenrum und gehen nicht in die Mitte. Und genau jetzt, wenn ich hoffe, dass sie außenrum fliegen, gehen sie in die Mitte. Oh, das war knapp noch, gerade so die Königin gezündet. Das war knapp. Okay. Ich gebe dir nochmal auf und hoffe, dass ich nochmal einen neuen finde. Okay, das ist nochmal ein kleines Zwischenergebnis, aber scheiße. Ja, gut, ich hatte den auch noch 5 Sekunden, also du musst jetzt, du musst jetzt reinkloppen, ne? Na, ich gehe jetzt einfach direkt nochmal, ohne die Helden zu füllen. Nein! Was ist los? Ja, scheiß drauf, den nehme ich jetzt noch. Na! Na, na, na. Na, 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 na. Okay, mal gucken. Oh, der da fiel in der Mitte, der Kollege. Und ich hab zwei Giftzauber. Warum war mir euch zwei Giftzauber dabei? Aber noch könnte ich funktionieren. Zumindest eine Ressource. Ich werde, ich glaube nicht, nicht 3-0 verlieren. Ich glaube, ich habe eine gewonnen. Das Problem ist, ich glaube, du wirst auf jeden Fall... Du wirst auf jeden Fall mehr Gold gefarmt haben. Aber es ist jetzt auch vorbei, ne? also jetzt ja ich lass das jetzt durchlaufen ja so hast du dir noch den angriff gestartet in der zeit der läuft jetzt aber gleich fertig das könnte hier unten noch ein sehr wichtiger ein sehr wichtiges lager gewesen sein vielleicht ich habe auf jeden fall die beiden ressourcen die ich haben wollte habe ich so fast gekriegt das muss ich gucken ob es reicht der hat sich nicht mehr gelohnt der letzte ich habe hier doch im wunsch ich brauch doch ein stift du musst auch gleich du brauchst du brauchst doch nur in deinen in deinen in deinem profil zu gucken gleich nachher stunde ich werde mal eben gerade schon mal was machen wir gleich in ruhe dann werde ich jetzt mal eben aufschreiben gold elex und dunkles dann brauchen wir ja nur den startbetrag und den endbetrag und dann kannst du das ja ausrichten das war mal klar ich bin ja noch am angreifen ach so ich glaube nicht dass ich etwas holen werde aber muss es ja okay das war es alles klar der war noch war nicht schlecht aber ich weiß nicht ob das reicht ich weiß nicht ob das reicht also ich glaube zwei könnte ich gewonnen haben also beziehungsweise zwei ressourcen sei nicht schlecht aus eine war jetzt natürlich mega kacke aber das werden jetzt gleich sehen wir schreiben das jetzt zusammen werden herausfinden wer gewonnen hat und dann bis gleich so jetzt haben wir also einen cut gemacht haben alles zusammengeschrieben also gold elixier und dunkles und jetzt sind wir bereit ich würde sagen du kannst du legst erstmal gold vor wie viel gold differenz hast du gefarmt bei gold eine millionen 297.964 okay ich habe 913.000 also habe ich da auf jeden fall verloren wieviel elix hast du das könnt ihr jetzt schon entscheiden ob du insgesamt gewonnen hast oder nicht eine millionen 211.533 okay ich habe 1,463 millionen also habe ich das gewonnen auch spannung das ist doch gut dann haben wir wenigstens spannung für das letzte was ist beim dunklen deine letzte zahl die letzte zahl die letzte zahl 7 und die davor eine vier vier und die davor alle vier vier da kommt wahrscheinlich der punkt ja davor eine 6 und die 16.000 16.447 er hat nur 9300 mann ich dachte hätte sich beim dunklen besiegt aber dort auch einen angriff mehr ich hatte vier oder fünf angriffe ich hatte also vier mit dunklen ich hatte drei angriffe im einen habe ich nur okay der mittlere angriff hat mir auf jeden fall das genick gebrochen der war nicht gut die anderen beiden ich hätte im ersten angriff 618.000 elix das war schon mal nicht schlecht der letzte war auch noch gut aber der mittlere war der echt der war echt mister mist du kannst auf jeden fall knicken dass ich hier die statue noch mal rüber schicke weil wir genau wissen dass wir dann in die buchse gehen ja das wird in die hose gehen aber okay glückwunsch auf jeden fall und wenn ihr weitere challenges sehen wollt dann lasst auf jeden fall mal ein like da und dann sehen wir uns morgen wieder macht's gut und dankeschön fürs zuschauen und du gehst jetzt wieder in deinen klein zurück ja ja tschüss ciao es es schau es es Untertitelung des ZDF für funk, 2017